Hallo zusammen und einen recht schönen guten Abend. Der erste Tag in der Woche ist geschafft. Nun aber zu den aktuellen Themen. Luisa Neubauer ist sauer auf Kevin Kühnert. Die Umweltgeschwister im Geiste verstehen sich nicht mehr ganz so gut. Liebe Luisa, der Kevin, der sitzt jetzt fest im politischen Sattel und da fließt auch schon ein bisschen Kohle. Und da kann man schon mal Prinzipien vergessen oder mit Politiker-Worten antworten oder reden. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Frau Neubauer, unser Rat suchen sich auch einen gut bezahlten Job oder irgendwelche familiären Anschlüsse, ein bisschen soziales Leben. Vielleicht denken sie auch bald anders. Er, wie immer er auch heißt, hat es bereits auch geschafft. Er hat einen gut bezahlten Posten und darum ist er einer Meinung mit den Experten und den Politikern. Ja, es ist ganz klar, wenn er nicht ein Fachmann wäre, wäre er auch nicht auf diesen Posten bekommen. Also glauben wir ihm mal, dass es einen Impfstoff gibt gegen Omikron und zwar bis Juni. Die Frage wird sein, ob es so ist wie bei allen anderen Varianten, dass dann auch bei Omikron geboostert werden muss. Ja, dann muss halt geboostert werden. Indes haben die Volksvertreter in Schleswig-Holstein die epidemische Lage beschlossen und damit den Grundstein gelegt für härtere Corona-Maßnahmen. Gut, dass wir alle geboostert sind oder sagen wir mal, gut, dass überhaupt geboostert wird, aber Boostern oder Piksen nutzt alles nichts. Dicht ist dicht und zu ist zu und darum, ja, wir stehen vor verschlossenen Türen. Alle gemeinsam geimpft, geboostert oder ungeimpft oder selbstverständlich auch genesen oder einfach nur gesund. Und kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen, neben dem, Leute, lasst euch keine Angst machen, Angst muss nur der Herrn, der sich Angst machen lässt oder geht hinaus und schaut über den Tellerrand, ist, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja auch ein Lieblingssatz von uns. Und um den geht es hier. Wir hatten ja schon festgestellt, dass in Deutschland die Impfpflicht ja wohl doch etwas länger auf sich warten lässt, als von den Politikern und den Experten gefordert und erhofft. Und in Österreich war sie ja eigentlich schon beschlossene Sache, aber siehe da, wie in Amerika, ist es auch nun in, ja, in unserem Nachbarland Österreich. In Österreich einige Landesfürsten, in Amerika heißen sie ja Gouverneure, hier bei uns sind es Ministerpräsidenten oder regierende Bürgermeister. Ja, und in Österreich sind es die Landeshauptleute, die nun etwas dagegen haben, dass eine Impfpflicht ja mit Gewalt durchgepeitscht wird. Wie gesagt, Leute, denkt immer dran, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und darum muss man sich auch nicht unbedingt Angst machen lassen. Angst ist, wie wir alle wissen, die Bild-Zeitung hat es gebracht, ja, Angst in der Corona-Zeit macht dumm und das wäre wissenschaftlich bewiesen. Leute, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, macht es euch gemütlich. Vielleicht kommt ihr gerade von einem Spaziergang, auch an dieser, ja, in diesem Segment ist ja viel los in der Republik und ja auch in anderen Ländern. Immer mehr Leute gehen spazieren, immer mehr Leute wollen sich mit anderen austauschen und Erfahrungen und Zahlen und Daten, ja, vergleichen. Leute, macht's gut, habt eine anliegende Nachtruhe, wir sehen und hören uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.